Und ja, das haben wir schon oft genug gesehen. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of XLR. Ja, in der letzten Folge, ja, was ist in der letzten Folge passiert? Okay, wir haben Gilland und, oder Gilland, Gilland und Celsius, die Fressen verdroschen. Dann aber wurden wir durch irgendein Manafeld hier gefangen genommen, was uns das Mana abgezogen hat. Dann hat Mila versucht, die Lanze von Kresnik zu aktivieren, hat es auch geschafft, musste aber dafür ihr Leben geben. Und Mila ist wahrscheinlich tot und wer weiß, was aus unseren anderen Charakteren passiert ist. Geschehen ist, blablabla. Und, okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, das Schiss-Mob steht weiter. Na toll, wir werden hier voll gespoilert. Wir werden in Hamill landen, ja super. Im Lagerschoss, im Erdgeschoss. Ist das nicht da, wo die Liese war? Okay, mal gucken. Mal gucken, was jetzt passiert. Geil. Wahrscheinlich sind wir von Mila getrennt. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt eine ganz andere Story. Warum hast du sterben? Ja, den Satz, den habe ich auch als letztes nur gesehen. Vor dem Cups. Der hat natürlich direkt hier Playstation ausgemacht und so weiter. Meine Mission ist, dass ich mir helfen kann. Wie hat es so endet? Weil Mila stur ist und du nichts kannst, Jude. Ja, ich glaube, das ist die Liese schon. Ich konnte mit Rowan und Elyse getrennt werden. Aber niemand scheint, dass Alphine getrennt werden kann. Hä? Na, wem wundert das auch? Ganz ehrlich. Nichts. Nichts. Geht. Vielen Dank. The fuck? The fuck? The deal I made with Muzeri. Was? Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass du irgendwas Bödes vorhast, Erwin. Was? 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 Oh, diese Geister tusten mit ihrer verdammten Mission, ey. Was? 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 Is. 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 Unsere Mission war, um alle zu schützen. Was bedeutet ihr, ihre Mission? Wie absurd! Sie war nur die Baben, die erschaffen, um die Gilead zu holen und Leute wie sie. Nichts mehr zu ihr, verstehst du? Wahrscheinlich nicht ein Gefühl von Schulden oder Justiz. None of that mattered to her whatsoever. And yet, she worked so hard, didn't she? Her Mission meant nothing. Okay. Oh, ich wusste auch. Irgendwann kommen diese Brücken zum Einsatz. Stopp right there. I won't let you hurt him. I can't let you do this. It's over. You've got nowhere left to run. No, it's not over. Open your eyes already! Damn you, Alvin! Every damn thing we did was pointless. Pointless. It wasn't pointless. I met Mila. I traveled with her. She made me think. She taught me many things. She taught me many things. And it helped me grow as an individual. However... ... ... ... ... ... ... ... ... ... If the schism wasn't dispelled, ... 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